Nachdem ich euch gestern schon diese verrückte Abkürzung gezeigt habe, erkläre ich euch heute die andere wichtige Abkürzung, die man auf Piranha-Pflanzenbucht können sollte, wenn man besser werden will. Und das Gute ist, dass diese hier überhaupt nicht schwer ist. Driftet einfach mit einem Rechtsdrift von der Treppe, haltet den Drift im Wasser und zieht euren Joystick abwechselnd nach hinten und rechts hinten. Lasst den Drift los, sobald ihr im Offroad seid und nutzt ein paar Hopser, um nicht links in die Wand zu krachen.